Hallo liebe Keramik-Freunde, mein Name ist Jertr Höbel von der Firma Andrea Holbrink und ich präsentiere euch heute die Töpferscheibe HSL-S45. Wie ihr seht, ist es auch das hier, eine sehr kompakte Scheibe, auch mit Sitz, vor allem mit drehbaren Sitz, in der Höhe verstellbar, wie ein Klavierstuhl im Grunde. Hat auch wieder 370 Watt, wie die rote HMT 500, also sehr, sehr viel Kraft, um eigentlich auf größere Tonmengen zu zentrieren. Was der Vorteil von dieser Scheibe ist, ist sicherlich, dass der Sitz mit integriert ist und zur Scheibe hin und von der Scheibe weg verstellt werden kann. Das bedeutet für Menschen mit langen Beinen oder Menschen mit kurzen Beinen, die tun sich einfach wesentlich leichter, die richtige Haltung zur Scheibe hin zu bekommen. Darüber hinaus besitzt auch sie ein System, wie man Teller leichter abdrehen kann, indem man einfach diese Holzplatte dann rausnimmt und dann einfach ins Regal zum Trocknen stellt. Auch hier ist wieder die Scheibe leider nicht abnehmbar. Das heißt, sie ist fest mit der Scheibe verbunden. Es kann aber mit dem Abfluss hier dann gereinigt werden. Auch diese Scheibe besitzt über Rechts-Linkslauf, wie eigentlich alle modernen Töpferscheiben, damit auch der Linkshänder, der zu Besuch kommt, auch mal drehen kann. Die HSN hat dieses Fußpedal, was ein bisschen kompliziert aussieht und auch ein bisschen kompliziert ist. Also da bin ich jetzt nicht so ein großer Freund davon, aber es ist sicherlich nur eine Gewöhnungssache. Ja, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.